Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer, heute zu einem neuen Regelvideo. Und zwar dreht sich heute alles nämlich mal wieder um eine Erweiterung. Und zwar die Erweiterung zu Cascadia Landmarks. Ihr wisst ja, Cascadia, Spiel des Jahres 2022, und jetzt haben wir die Erweiterung Cascadia Landmarks, die Landmarken. Das Grundspiel war ab 10 Jahre 1 bis 4 Spieler, 30 bis 60 Minuten. Und bei der Erweiterung auch ab 10 Jahre, diesmal aber 1 bis 6 Spieler, also auch wieder Solo, aber diesmal mit einer großen Runde auch spielbar. Und hier ist angegeben immer 60 Minuten. Ganz wichtig, jeder der Cascadia mag, wird das auch mögen, denn hier ist von allem einfach noch mehr drin. Also erstmal haben wir das Material für 5 bis 6 Spieler, dann bekommen wir neue Wertungskarten für die Tiere, und dann das neue Spielelement Landmarken, wodurch es möglich ist, zusätzliche Siegpunkte zu generieren. Kennt ihr die Regeln vom Cascadia, dem Grundspiel, noch gar nicht? Dann schaut gerne mein Video an, Aufbau 2 Minuten, Spielerklärung 6 Minuten. Dann seid ihr perfekt für diese Erweiterung vorbereitet. Wie immer bekommt ihr hier die Regelerklärung kurz und knackig, diesmal sogar 2 Spielvarianten. Einmal für ein schnelleres Spiel, ist na klar praktisch, wenn man mit 6 Leuten ist, und einmal für die neuen Elemente Landmarken. Diese beiden Spielvarianten könnt ihr selbstverständlich auch kombinieren. Sucht ihr noch weitere Regelerklärungen, schaut gerne hier oben in die Infobox, hier findet ihr noch über 230. Habt ihr Fragen ab unten in die Kommentare. Und jetzt verlieren wir keine Zeit, auf geht's nach Cascadia. So, kommen wir zur Spielvorbereitung. Wir haben neue Zapfen, die können wir zu den alten hinzufügen. Dann haben wir weitere Tierplättchen, das sind die gleichen Tiere wie im Grundspiel. Die können wir einfach in unseren Sack packen. Dann haben wir hier weitere 15 Tierwertungskarten, die können wir zu den bestehenden packen. Und so haben wir noch mehr Auswahl. Wir hatten schon 5 Startplättchen, jetzt haben wir 5 weitere. Jetzt kommen noch 45 neue Wildnisplättchen dazu. Hier unten ist immer ein kleiner Berg, das ist das Symbol für die Erweiterung, wenn man das mal wieder auseinander sortieren möchte. Man muss es jetzt nicht mehr auseinander sortieren, außer du möchtest es vielleicht trennen und wieder verkaufen. Bei den neuen Wildnisplättchen gibt es neue Kombinationsmöglichkeiten, was Tiere und Landschaften angeht. Eine große Änderung ist, dass früher auf den Plättchen, wo ein Zapfen abgebildet ist, immer nur eine Landschaft vorhanden ist. Jetzt gibt es bei der neuen Erweiterung, da wo ein Zapfen zu sehen ist, bis zu drei Landschaften. Bei den Wildnisstapel können wir jetzt schön zusammen mischen. Den alten Wertungsblock brauchen wir nicht mehr unbedingt, denn auf dem neuen Wertungsblock haben wir Platz für sechs Spieler und hier unten für das neue Modul Landmarken. Dann kommen wir noch zum neuen Spielmaterial, nämlich Landmarken. Davon haben wir insgesamt 30 Stück und für jede Geländeart sechs Stück, weil wir ja sechs Spieler sind. Und die dazugehörigen Landmarkenwertungskarten. Kommen wir jetzt zu den Regeln für ein schnelleres Spiel. Die Standardregeln von Cascadia eignen sich für jede Spieleranzahl. Wollt ihr aber mit fünf oder sechs Spielern spielen oder grundsätzlich eine schnellere Partie spielen, empfehlt das Spiel euch diese Regeln. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Für ein schnelleres Spiel benötigen wir die Elemente für Landmarken nicht. Wie aber schon gesagt, ihr könnt sie kombinieren, aber ich erkläre euch hier die zwei Regeln einzeln. Kommen wir jetzt zur veränderten Spielvorbereitung als beim Grundspiel. Nummer eins. Nehmt von jeder der fünf Tierarten so viele Tiere aus dem Spiel, wie Spieler teilnehmen. Sprich, jeder Spieler muss so ein Fünfer-Set bekommen. Das legt jeder von euch in seinen persönlichen Spielbereich. Dann bereiten wir die Wildnisplättchen vor. Hier die Tabelle, wie viel ihr benötigt, je nach Spieleranzahl. In einem Spiel zum Beispiel zu dritt benötigt ihr 63 bzw. 67 sortiert ihr aus. Dann bleiben 63 ja über. Das haben wir jetzt hier gemacht. Von den Wildnisplättchen, die ihr für eure Spieleranzahl ermittelt habt, teilt ihr jetzt verdeckt jedem Spieler fünf Plättchen aus. Weil jeder Spieler ja fünf Tiere vor sich liegen hat. Dann legen wir sie aufgedeckt über unsere Tierreihe. So dass wir fünf zufällige Kombinationen haben, sonst gibt es keine Änderung bei der Spielvorbereitung zum Grundspiel. Weiterhin sucht ihr euch fünf Tierwertungskarten aus. Dann bekommt jeder eine Startlandschaft und ihr bereitet die vier Kombinationen Wildnisplättchen und Tiere vor für die Allgemeinheit. So, kommen wir jetzt zum Spielablauf. Ihr spielt wie gewohnt mit den folgenden Änderungen. Zwischen deinen Zügen darfst du, während die anderen an der Reihe sind, eine zusätzliche Aktion durchführen. Wähle dazu eine Kombination aus deinen Tieren in deinem persönlichen Vorrat und platziere sie in deine Landschaft. Das kannst du genau einmal pro Runde machen und insgesamt fünfmal. Die Kombination von Wildtieren und Plättchen in deiner persönlichen Auslage werden nie wieder aufgefüllt. Aber du darfst ein Zapfen ausgeben, um zwei Tiere deiner Wahl in deinem Vorrat zu tauschen. Möchtest du gerne die tauschen, musst du ein Zapfen aus deinem Vorrat abgeben und dann sieht es so aus. Wichtig, solltest du am Spielende hier noch was in deiner persönlichen Auslage überhaben, kannst du sie dann nicht mehr einsetzen. Du musst sie also während des Spiels einsetzen. In der schnelleren Variante ist jeder von euch exakt 15 Mal dran. Sonst im Grundspiel wart ihr ja 20 Mal dran, aber hier ist man ja fünfmal noch zwischendurch dran, also 15 plus 5 gleich 20. Durch diese Zusatzaktion zwischen den Zügen verkürzt ihr dementsprechend die Spieldauer und man kann sogar noch sich bestimmte Taktiken überlegen, da man ja jedes Tier mindestens einmal bekommen kann. Habt ihr Fragen zu den neuen Tierwertungskarten? Ab unten in die Kommentare, ich versuche euch schnellstmöglich zu helfen. So, kommen wir jetzt zum neuen Spielelement, die Landmarken und die Regeln dafür. Kommen wir jetzt zur Spielvorbereitung. Für das Landmarkenmodul benötigen wir eine andere Tabelle, und zwar die, um die Anzahl der Wildnisplättchen zu bestimmen. Wenn wir wieder von drei Personen ausgehen, brauchen wir 66 und enthält drei zusätzliche Plättchen mit Zapfensymbol. Die Vorbereitungen aus dem Grundspiel bleiben identisch, der Spielablauf und die Schlusswertung entsprechen auch dem Grundspiel. Hier sind aber die Änderungen. Änderungen bei der Vorbereitung. Nachdem jeder Spieler eine Startlandschaft bekommen hat, deckt ihr von den Wildnisplättchen, die ihr für dieses Spiel hier rausgesucht habt, mit Hilfe der Tabelle, so viele auf, bis so viele Wildnisplättchen mit Zapfensymbol ausliegen, wie Spieler mitspielen. Drei Spieler dreimal zapfen. Beginnend mit dem Spieler rechts vom Startspieler sitzend und dann gegen den Uhrzeigersinn, wählt ihr nacheinander jeweils ein Wildnisplättchen mit Zapfensymbol aus und platziert es entsprechend der Regel an eure Landschaft. Ich bin Startspieler, dieser Spieler sucht sich das aus, baut es an, der andere sucht sich das aus, das bleibt über und ich platziere das hier unten hin. Die anderen werden wieder in den Vorrat gemischt. Dann sortieren wir die Landschaftswertungskarten nach ihren Wildnisarten, mischt dann jeweils die eigenen Stapel und platziert dann so viele Karten, wie Spieler teilnehmen, offen. Dann platzieren wir die fünf Tierwertungskarten darunter, sodass man eine schöne Übersicht hat und alles auf einmal sehen kann. Jetzt nehmen wir die Landmarken und platzieren sie über die dazugehörigen Landwertungskarten und platzieren da so viele wie Mitspieler. Kommen wir jetzt zum Spielablauf. Die Partie läuft wie sonst mit den folgenden Änderungen. Ich habe mir die Kombination ausgesucht vom allgemeinen Vorrat und platziere sie. Wenn du durch das Platzieren eines Plättchen in deiner Landschaft das zusammenhängende Gebiet einer Wildnisart auf Größe 5 oder mehr erweiterst, 1, 2, 3, 4, 5, darfst du eine Landschaftsmarke dieser Art nehmen und auf das soeben platzierte Plättchen einsetzen. Also das hier, soeben platziert, setze ich jetzt hier ein. Das musst du nicht machen, das kannst du aber machen. Ganz wichtig, die Landmarke muss auf das Plättchen eingesetzt werden, das du gerade platziert hast, nicht auf eins der anderen. Auf das Plättchen, wo jetzt die Landmarke liegt, darfst du jetzt auch nicht ein Tier legen. Landmarke oder Tier, nicht beides. Dadurch verringert sich selbstverständlich die Möglichkeit, später Tiere zu platzieren. Du darfst von jeder Wildnisart nur eine einzige Landmarke platzieren. Dementsprechend haben wir für jeden Spieler ja eine Landmarke. Und sollte hier ein Zapfen drunter sein, du platzierst eine Landmarke drauf, gibt es auch keinen Zapfen. Wenn du dann die Landmarke platziert hast, darfst du dir eine Landmarkenwertungskarte aussuchen. Wir sind zu dritt, also drei Auswahlmöglichkeiten. Habt ihr zu diesen Wertungskarten irgendwelche Fragen, dann ab unten in die Kommentare, schreibt einfach den Namen bzw. den Buchstaben auf und dann versuche ich euch schnellstmöglich zu helfen. Nachdem du eine Landmarke platziert hast, darfst du dir jetzt eine Wertungskarte der entsprechenden Art aussuchen. Ich nehme die und lege sie dann zu meinem Gebiet dazu. Die Karten werden nicht aufgefüllt. Manche Karten bringen Siegpunkte zum Spielende oder vergrößern dein Gebiet bzw. bringen dir Vorteile. Ich habe ja ganz am Anfang ein Wildnisplättchen platziert. Jetzt dürfte ich ja sozusagen noch das Tier platzieren. Es passt leider nirgends wohin, also kommt das Tier zurück in den Beutel. Kommen wir jetzt zum Spielende und der Wertung. Ihr erhaltet Punkte, wie gewohnt, einmal für die Tierwertungskarten und dann für die Gebiete, größten Gebiete bzw. wer das größte Gebiet hat, dann nochmal ein Bonus. Dann werden die jeweils addiert, dann schaut ihr noch wie viele Zapfen ihr über euch habt, bekommt ihr noch Siegpunkte und dann kommen wir zu den Siegpunkten der Landmarkskarten. Landmarken, Wertungskarten in eurem Besitz durchgegangen seid, addiert ihr alle Punkte und notiert sie hier unten. Dann zählt ihr alles zusammen und dann steht der Gewinner fest. Das war die Regelerklärung zu Cascadia Landmarks, die Erweiterung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Ab unten in die Kommentare. Sucht ihr weitere Regelerklärungen? Schaut oben in die Infobox. Wir sehen uns in der Zukunft. Ganz liebe Grüße. Ciao.